Morgens aufstehen, 6 Uhr, arbeiten gehen, Mittagspause um 12 Uhr, weiterarbeiten, 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 heimkommen, kurz, hi Schatz, Fernseher an und dann um 11 Uhr ab ins Bett. Tag für Tag, du machst Tag für Tag, morgen für morgen denselben Scheiß, dann immer mit neuem Elan ins Büro. Willst du nicht auch einfach mal raus? Ich will was bewirken, irgendwas Gutes machen, hoffe ich mal stolz sein kann. Stolz. Ich will da einen Brunnen bauen. Und das funktioniert bei dir so, dass du da von heute auf morgen runterfliegst und dir einen Sparpot und so leistst. Keine Ahnung, Mann, ich weiß es doch auch nicht. Egoisten können wir hier nicht brauchen. Are you married, David? No. My daughter is beautiful woman. Andrea. Genau das ist auch das, was wir gemacht haben. Ein Team von jungen Leuten ist zusammengekommen und hat sich gedacht, okay, komm, wir packen das jetzt. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, aber wir machen einfach mal. Ich darf nicht hingehen, weil wenn die eine Kamera sucht, finden die total aus. Durch dieses Machen und dieses Gefühl von Leben ist hier Unglaubliches entstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Barriere 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 Untertitelung des ZDF, 2020